hallo und herzlich willkommen bei let's play the split the blacklist mit dem dino meine wenigkeit hallo nimm die munition mit daniel geil weil ich da mit munition ich schieße nicht mehr kann man eh nicht mitnehmen wir spielen immer noch hier im milliardärs jacht wie ihr sehen könnt ich kann man auch direkt noch mal eine etage nach oben ja dann mach du C dann mach ich wieder B das war gerade meine überlegung wenn das so funktioniert ja das funktioniert hallo Kumpel ich tritt erst mal gegen die Tür erst mal gucke ich unter der Tür nein ich will unter der Tür gucken ja ich schieße ihm in den kopf und das interessiert ihn nicht dieser netcode dann schieß doch nicht ey ja wenn er mich anguckt ach okay jetzt noch mal das soll halt nicht sein dass wir alles gleich schaffen kannst du vergessen ja ich geh direkt hier lang ja kannst du hier allein hochklettern ja Tatsache da jetzt auch cool da jetzt nicht nicht cool da kommst du nicht weiter da kommst du nicht weiter da kommst du nicht weiter wie ey man kann hier nicht rüber ja los wie jetzt ja warte mal warte mal warte mal warte mal warte mal warte mal was macht er denn da für nen Tanz was macht er denn da für nen Tanz ziel neutralisiert ha ist schwer verletzt aber er atmet da kommt Gleyward tja der konnte leider kein Alarm auslösen aber ich glaub das ist ich hab drei Leute erledigt ja weiß jetzt nicht ob jetzt noch einer kommt disco fever disco fever oh da ist noch einer wo bin ich denn jetzt hier Ziel ausgeschaltet ich bin gleich bei A ich bin wieder kurz 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 nein 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 wieso ach der na Daniel nein bitte nicht nein 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 ich war so gut hier unten in der Mitte ey muss ich mich mal selber loben ey oho war ein guter Zeitpunkt ey shit spiel mal mit Taser dann gehen sie mich direkt zu Boden ich will nämlich gerade den Tridings da ausprobieren ich glaube ich hab was gehört nein du hast nichts gehört was ist denn das Ding da drohne ist aktiv flieg drohne flieg ich sehe ihn voll der faszinierter sein ich hab ihn nicht gesehen ey wir haben den Alarm ausgelöst wir haben den Alarm ausgelöst wir haben den Alarm ausgelöst wir müssen diese Missionen leider beenden ich hab den nicht getroffen scheiße happens jetzt war ich zu nervös archiert ja fuck so Tricopter hopp drohne los flieg mal probieren also kann sein dass wir wieder feilen den Typen mit dem Ding auszuschalten ach ist nicht schlimm ist nicht schlimm mit dem Ding auszuschalten Haftschocker abfeuern funktioniert das kann ich jetzt den Typen da direkt ja geil zappelt da sie erstmal hinab Osterluft geschockt Ziel ist neutralisiert so gleich noch einen oh oh komm her und hilf mir suchen hilf mir hilf mir schon mal zwei ausgeschalten aus dem Nichts ähm echt bis jetzt nur einen doch du denk gott schon wat warte noch nichts nichts machen ja ich mach ja nichts weil die sind mich am suchen gerade ich bin ganz ganz still warte mal ich nehm mal die andere Knarre in der Hand du machst den Link nicht den Rechten ich kann ich seh nischt Bereich sicher wir sollten uns verteilen ich habe kein Sichtfeld ok dann musst du mich mal ganz kurz gedulden warte der läuft ja jetzt da lang ich will jetzt auch nicht reinspringen weil von rechts können wir uns direkt sehen wow ja der kommt jetzt eh auf uns zu also passt das oder ja ja mit seiner Armbrust ja sie ist voll cool ey hast du den Visier ja nee warte 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 nix machen nee lass kommt der andere eh wieder dazu Spannung aber schon lässig wir wieder mit einer Hand hängen vielleicht vielleicht hätte ich mit der Drohne durchs Fenster schießen sollen Doppeltaser ja Mist weil wenn wir reinspringen ist direkt rechts der freie Gang ey ich wills noch nicht riskieren wir haben mal Zeit noch ne noch noch ja ja und äh ich kann einen mit einem Arm lange hängen guck mal guck mal uh 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 was machst du denn? ach so hallo 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 hengel dengel hallo vorsicht 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 ey jetzt seh ich hier nix mehr ey scheiße wow da kommt jetzt sind sie beide aber wir bräuchten so ne smoky granite ey äh äh komm Zeit kann ich noch den Hebel von hier starten? hier ist nix vorsicht 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 jetzt kommt der ganz nahe nicht bewegen die durchs Fenster uah alt fuck ich wollte ihn grad ziehen ey weißt du diesmal war es nicht eh diesmal war es die alttaste oh gute wechselt ja immer ach das geht ja mhm somit eh vielen Dank fürs Zuschauen bis zum nächsten Mal eure Noobs bis zum nächsten Mal tschüss die Noobs a la Noobs tschüss 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 Vielen Dank.